Der kanadische Schauspieler Godfrey Gao ist bei Dreharbeiten für eine Reality-TV-Show in China gestorben. Bei der Show Tsui Woba, zu Deutsch Fang mich doch, treten die Kandidaten in sportlich herausfordernden Wettbewerben gegen Prominente an. Laut den Produzenten sei der 35-Jährige während Aufnahmen in der ostchinesischen Stadt Ningbo plötzlich zusammengebrochen. Neben China war Gao auch in Hollywood bekannt. Der Schauspieler hatte unter anderem 2013 in dem Film Chroniken der Unterwelt City of Bones mitgespielt. Zudem trat er als erstes asiatisches männliches Model 2011 in einer Werbekampagne der Luxusmarke Louis Vuitton auf.